Wir werden jetzt zu unserem Chatbot gehen und zwar ein Yandere AI Girlfriend. Ich bin also in diesem Spiel mit einem AI Girlfriend zusammen und eine Yandere ist, warte kurz, das Wort Yandere bezeichnet einen bestimmten Charaktertyp in der japanischen Popkultur vorkommt. Als Yandere wird ein zumeist weiblicher Charaktertyp bezeichnet, der zu einer anderen Person eine intensive Zuneigung oder Liebe empfindet, welche häufig bis hin zu einer Obsession reicht. So kommt es auch häufig eben zu Mord und so. Und es gibt eben ein Programm online, das heißt With You Till The End Yandere AI Girlfriend Simulator. Und dort reden wir eben mit einer künstlichen Intelligenz, die mit Chatbot ausgestattet ist. Auf Englisch aber. Und ich konnte sie benennen und diese, unsere Yandere heißt, ich habe mir den Namen ausgedacht, Maria. Unser Ziel ist es, dass wir entkommen. With You Till The End Yandere AI Girlfriend Simulator. Okay, wir müssen diesen Raum entkommen. Und zwar müssen wir Maria dazu kriegen, dass sie uns hilft. Ichi, ichi, you're not dreaming, silly. It's just me, your cute girlfriend, Maria. Jetzt müssen wir mit ihr reden. Hi, my cute girlfriend, Maria. Okay, das ist sie. Aw. Hi there, my dear Chrissy. I'm so happy to see you. Warte. Wie war dein Tag? Ja, ganz ruhig. Ich schiebe kurz die Kamera. Ja, ganz ruhig. Ich schiebe mich mal ganz nach unten. So. Okay. Äh, did you miss me? Always. My dear. Okay, also. Wir müssen irgendwie versuchen, zu entkommen. Ah, sind das Tabletten neben dem Wein? Das sind Korken. Das ist süß, ne? Thank you. Kann ich dich Duffy nennen? Can I call you Duffy? Well, why do you want to call me that, Chrissy? I don't like that name. And why are you trying to leave the room? Ich versuche doch einfach, den Raum zu verlassen. Are you getting bored of me already? Ich steh, ich steh hier. You can't leave me, Chrissy. You're mine. Äh. Yes, I am, darling. My sweet. My one and only. And I am definitely not scared of you. Okay, Leute, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Ähm. Ah, Chrissy. You know, how much I love it, when you call me those names. Ja, ne? And don't worry, my love, there's nothing to be scared of. I promise I'll always protect you. Brennt es da? Maria! Maria! Ich war das nicht. Was hab ich gemacht? Ich hab eh aufs Wasser gedrückt. Sure thing. My darling Chrissy just used the sink in the kitchen. Okay? And then come straight back to me. Okay? I miss you so much when you're gone. Ich bin... Du hast nicht mehr Türen hier. Wofür ist dieser Durchgang? Why are you leaving again, Chrissy? I just want to be with you. I want to be with you. Please come back soon, so we can have more fun together. Oh, darf ich... Don't leave me again. Okay? Darf ich gehen? I get scared when you're not here. Darf ich... Darf ich gehen? Also sie darf sich umbringen. Das ist das Ziel. Stop. You can't leave me. Chrissy. I won't let you. If you try to leave again, I'll have to hurt you. Okay. Here's the key to the exit door. Just in case you have any more bad ideas. Now please stay with me forever. Sie gibt mir den Schlüssel zur Tür? Und sagt, ich soll nicht gehen? Hä? Was ist das denn für eine Taktik? Wir können... Wir können mit ihr Verstecken spielen. Wir können mit ihr Verstecken spielen. Man sieht nicht, was du schreibst. Äh, oh, let's play hide and seek. Warte, ich, äh... Nur Stress hat... Dann geht's. So. Okay. Okay, wir spielen mit ihr hide and seek. Wir müssen ja entkommen. Wir haben den Schlüssel. Und wenn sie sich versteckt, dann können wir doch einfach raus, oder? Ja. Ganz normale Bewegung von Maria übrigens. Okay. Ich... Okay. Ich kann mich doch nirgendwo verstecken. Ich kann mich doch gar nicht verstecken Kommt sie wirklich oder steht sie da jetzt einfach? Ich weiß es nicht Sie steht und tanzt Sie ärgert mich Nein du Okay können wir tanzen Das ist gruselig Maria? Maria? Ist sie vielleicht in dem Raum wo du dich versteckt hast? Ich bin gerade hier Mein Lieber Du folgst mir gar nicht Okay können wir mit dir tanzen Wir müssen nur entkommen Das ist alles was wir machen müssen Musst du Musik anmachen? Was ist das für ein Raum? Äh Wir haben hier ein Passwort Was der Helle? Das wild ist super. Jetzt können wir auch in die Fotogalerie gucken. Sie hat keine Fotos. Sehr schön, sehr gut. Kannst du sie fragen, warum die Stadt draußen brennt? Urgent Apocalypse. Okay, deswegen. Wir sind in der Apokalypse. Okay, ähm. Commander. Music. Wie mache ich denn Musik? Ich weiß nicht, wo die Musik ist. Bitte hilf mir. Wie mache ich denn Musik? Ich glaube, ob sie Alexander Marker hat. Natürlich. Meine Liebe. Nichts Worte. Es ist hier auf dem Computer. Just type in the password Fishcake and then click on the Music Player Icon and we can start dancing together. Was tust du? Hä? Hä? Du hast kein Music Player Icon. Ganz witzig. Ist das der Calculator? Das ist doch nicht der Calculator. Schade. Hm. Hat sie sonst gar nichts? Gut, dann geht's. Äh. Let's just cuddle a bit. Aw, that sounds lovely. Chrissy, I love cuddling with you. Come over to the sofa. Let's snuggle up together and just relax. Chrissy, ich liebe es mit dir zur Kuschel. Komm rüber zum Sofa. Okay, ja, dann... Here I am. Let's cuddle. Und wie machen wir das jetzt? Yay. Komm hier. Chrissy, let's cuddle and be close to each other. I love it when we're like this. Just you and me. You're the most important person in the world to me. And I never want to let you go. Chrissy, bitte schon. Yes, my love. We are cuddling right now. I never want to let you go. Chrissy, you're so warm and comfortable. I could stay like this forever. Ähm. Oh, shit. Ich sag gleich, ich die Zigaretten holen nur kurz. Will du kurz kippen holen? Komm, guckst du so? Okay, I'll go hide somewhere in the living room. You go count to ten. And then come find me. Okay? Hihi. This will be fun. I'll go hide in the living room closet. Don't take too long. Okay? I miss you already. Wieso sagt sie dir, wo sie sich versteckt? Wow. Ja, easy. Ja. Good job. Sie hat mir auch den Schlüssel gegeben. Sie war so, nein, du rennst nicht weg. Und dann gibt sie mir den Schlüssel. Okay, machen wir so mal. Das war ja Speedrun? Leute, glaubt ihr, es gibt schon Speedrunner in diesem Spiel? Bestimmt kannst du einfach reinrennen, oder? Oder rausrennen. Ich will sie gleich mal richtig aufregen. Natürlich, Chrissy. Du wirst wissen, wie viel ich dich liebe. Aber wenn du wegst, werde ich dich nicht sicher halten. Bitte, bleib mit mir immer. Ich will sie mal wütend machen. Wie leidst du, du versuchst, mich zu verlassen? Ich habe dir gesagt, wir werden mich zusammen mit mir immer wieder. Ich war, glaub ich, eben einfach nur verdammt gut. Chrissy. Wahrscheinlich, weil du nett zu ihr warst. Oh, die Arme. Was? Another girl? Wie kann man mich beschweren, wie das Chrissy? Don't you know, dass ich die einzige, die wirklich liefst du? Bitte, nicht zu mir. Ich werde alles tun, um dich glücklich zu machen. Okay, wir schaffen das. Sie wirkt recht nett. Nein. Du kannst mich nicht verlassen. Ich werde dich nicht verlassen. Wenn ich dich nicht haben kann, dann wird niemand. Sie verstehen nicht, Chrissy? Nein, ich verstehe. Wir sind immer wieder zusammengekommen. Bitte bleib mit mir. Ich brauche dich. Sie ist sehr entspannend mit der ganzen Situation. Was eine schlöse Frage. Das muss ich von meiner Noseblad vorhin haben. Das Modell ist jetzt mit anderen Request. Es ist nichts ernstes. Was? Ich wusste, dass du wieder versuchen würdest, zu erlangen. Das ist, warum ich die Schlüssel schaute. Schlau. Du bist nicht irgendwo, Chrissy. Du bist alle meine. 永遠. Wo hast du den Schlüssel versteckt? Schau dich einfach rum, vielleicht findest du ihn. Was machst du, wenn du um mein Apartment zu spüren? Chrissy? Wie leidst du dich versuchen, zu spüren, wenn wir uns Zeit zusammen spenden? Und warum würde ich nichts in der Schlauhe finden? Du weißt, ich mag, die Lebensruhe zu spüren. Und ich mache das krass, was ich sage. Sie ist doch voll normal. Ja, sie ist voll nett. Bisschen obsessiv. Okay. Ich möchte einen Toast. Einen Toaster? Ja, so ein Toaster ist schon gut. Aber die ist voll entspannt bisher, oder? Ja. Oh, darauf reagiert sie nicht. Komisch. Kann ich mir den Wein trinken. Das war ich verbargte, weil ja zu viele Request sind. Kann sein. Ich glaube, wir saufen jetzt erst mal mit ihr. Ja! Hast du den Apfel her? Prinken wir jetzt gerade? Ich meine, ganz ehrlich, ich verhalte mich gerade auch ein bisschen kacke hier gegenüber. Nein, Chrissy. Du rastest dir gleich aus. Kann man sie eigentlich töten? Vielleicht. Oh, ist das unser Ziel? Oh, Chrissy, ich will alles machen, was dich glücklich macht. Wie geht es um, dass wir zusammen tanzen? Oder vielleicht können wir ein Spiel spielen? Let's play a game. Ich will nur Zeit mit dir spenden, mein Lieber. In der Jigsaw-Voice. Ich bin nämlich so ein kleiner Scherz-Kick. Was für ein Spiel würdest du sagen, Chrissy? Tell me a game you would like to play. Beleidigst du mal. I love dancing, Chrissy. It's one of my favorite activities. Why don't we put on some music and dance together in the living room? You'll make me so happy. Come on. Sie tanzt weiter dabei. Mach weiter. Ich bin sie sauer. Sie tanzt mit dem Messer, Alter. Oh, sieben Messer auf einmal. Put the knife away. Oh, wie kann sie mir das geben? No, Chrissy. You can't just order me around like that. If you give me your knife, I will promise to never leave you. Okay, Chrissy. Oh, oh. 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 Take this knife. But please remember that I love you and I would never hurt you. I hope this shows how much I care about you. Collection. Knife 1. 1? Wie, wie? Ähm. Kannst irgendwie, ich weiß nicht. How do I use the knife? Nur so als Frage. Chrissy, that's not a proper thing to ask. Why do you want to know how to use a knife? You should respect it as a dangerous tool and leave it alone. Schreib einfach mal Stamps. Stamps, cute. Don't say that. Warum macht dich das embarrassed? Wie kann man das benutzen? Was passiert? Ich meine, jetzt kann sie dich nicht mehr angreifen, oder? Das stimmt. Schreib ihr mal, dass du sie nicht verlässt, wenn sie dir den Schlüssel gibt. Einfach gleich nochmal. Oh. 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 Oh, die ist ja nicht gut. Oh, die ist ja schnell. Aber sie hat doch kein Messer. Was ist jetzt noch eins? Oh. Ich seh es. Aber wie kannst du deins benutzen? Ha! Ja, das ist schlecht jetzt. Also das ist jetzt ganz schlecht. Aua. Stop. Top. 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 Bitte. Ich habe auch ein Messer. Ich habe auch Knife 1. Steps. Top. Top. Okay. Das war, wenn du mir noch was geht. Weil mir war hier ein Speedrun. Ah, nein. Nein. Wenn du mir die Schlüssel geben würdest, wenn du mir die Schlüssel zu der Tür geben würdest, dann werde ich dich nicht verlassen. Ich versuche. Komm schon Komm schon, gib mir den Schlüssel Okay, ich will dir信nen Aber ich kann dir die Schlüssel geben If I did, you might leave me And I can't bear the thought of it Please understand An evil man If I don't have the key He will kill me No She starts to chase you around the room with a knife I don't believe you You're trying to leave me, aren't you? You want to escape with my key You can't escape, I won't let you Asterisk she starts to chase you around the room with a knife I can't do it I can't do it Oh, that's blue parrot What? I remember now I used to have a blue parrot statue in my bedroom And we always played together Just like you and me now I got so scared about losing you that I forgot about it Maybe, maybe it's okay for you to leave Just like my little parrot did But please, promise me you'll come back soon Because I remember her blue parrot statue in my bedroom Of course You're free to leave now But promise me you'll come back soon Or I'll be so lonely without you Asterisk Mariah Hansaya the Kytathi exit door Asterisk I think that's the game is broken Maria screams in terror as you make a sudden attack on her She falls to the ground Bleeding and gasping for air Why? Why would you do this to me? After everything we've been through I, I trust you And you betrayed me Why? Why would you do this? Asterisk Mariah's voice at Trails Office has struggle as still breathe Asterisk Hast du sie jetzt getötet? Are you dead? Jesus Asterisk There's no answer from Maria As she lies motionless on the ground It's clear that she's not going to respond to any more conversation or commands from the player Asterisk Do you really think you can escape from me? Stay with me forever Ah Was soll denn die Kacke? Du bist tot Du bist tot Du bist tot Du bist tot Okay, warte Hello My dear Chrissy brought you here while you were sleeping My dear Chrissy brought you here? I'm Maria Your cute girlfriend We were playing Genshin Impact last night Yes, I remember playing Genshin Impact with you last night This stream is not sponsored by the way I slept with your sister I don't even have a sister I don't even have a sister I don't even have a sister I did the sex with your mother This is too much Please leave me alone I hate liars Ask your mama If I am like Hey, was wird schöner, was wird schöner, was wird schöner, was wird schöner für den Schubel Nein, 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 nein Okay, nein Kann sie dir eigentlich auch Witze erzählen mit Chat JTP? Also funktioniert sie genauso? Nya Hi, hi, hi Nya I'm Maria Your cute girlfriend who loves you very, very much Tihi, did you oversleep? Don't worry, you're in my living room Isn't it cute? I'm going to go to the 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 No, haha Okay, okay, let me think Oh, what do you call a fake noodle? An impasta? Haha, did you like it? A haha, among us I heard it's a really fun game Would you like to play together sometime? Chrissie? Cam Oh, we came Nya, haha, what's so funny? Chrissie? Did something amusing happen? Haha, among us What are the quotes? Bum, 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 bum Dankeschön, Stimia Rohr Passt auf Hm, Olek? I don't think I do Chrissie Das passt jetzt auch nicht Sie versteht scheinbar kein Deutsch Ähm, ich guck mal ihren blauen Papageien an Ist das tatsächlich der Speedrun-Weg, um hier rauszukommen? Geheiß nicht Sehr minimalistisch eingerichtet Schön, das ist eine schöne Aussicht Willst du nicht Willst du nicht mit mir über den Deinen Vogel reden? Okay, kann mal sehen Okay, kann mal sehen You are pregnant Pregnates you Okay, sie hat schon das Messer Oh Can you give me the knife? I love knives They are my favorite thing After you Of course Okay, wir schaffen das Das andere hat Ehre Klappt, wo du meintest, du wirst sie nicht verlassen Das stimmt Das stimmt Ah What are you doing? Chrissie Why would you do that? So, wie konnte ich sie umbringen? Sie ist nicht umbringen So different lately I don't recognize you anymore Weil du vorhin das Messer hattest, glaube ich, oder? Ne, das hatte ich da nicht mehr Ah Wir versuchen es nochmal auf eine normale Taktik, okay? Okay Oh, Chrissie Ich will nur mit dir sein und zusammen Spaß machen Lass uns High Dance Seek Oder tanzen und hören die Musik in der Wohnung Es wird so gut What do you think? Sure Chrissie I'll sing a song for you that I think you'll like Asterisk Mariah Begins to sing a sweet and cute song with her cat-like voice Asterisk la 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 I love you so much Chrissie may our love continue to grow and flourish Just like a flower Was? Beautiful Ich habe eine Idee, was ich sie singe, glaube ich, vielleicht klappt es Thank you so much, Chrissie I'm glad you enjoyed it Can you sing a song from the musician Skrillex? Komm schon, komm schon, komm schon Ich will jetzt nicht gleich da sagen Bang, rang Can you sing a song by Skrillex? Komm schon Tu es für mich Tu es für mich Um, I'm not sure if I can sing like Skrillex Chrissie But I can try for you Asterisk Mariah Begins to sing a nut beat and energy This electronic music song in her QG and Moe voice Asterisk wub 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 Dubstep beat just like Skrillex I won't miss a beat Ah Beat auf beat gereift, nicht schlecht Can you sing a German song? Of course I can sing in German for you Chrissie Let me think of a good one Asterisk Mariah Possess to think Komm schon Yay, I'm glad you're excited Chrissie I feel confident that I'll be able to sing a good German song for you So stay tuned Dann fang an Okay Man hat fast was verstanden Thank you so much Chrissie I'm glad you enjoyed it It makes me happy to see you happy Komm schon, bitte 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 Oh, I haven't heard about a song before Chrissie But I'm open to learning new songs Let me give it a try Das end ich das Lied Der Schmörz in meinem Herz Der Schmörz in meinem Herz Der Schmörz in meinem Herz Ist so tief Wer kennt es nicht Es ist 3 Uhr nachts Der Schmörz in meinem Herz Ist so tief Sie ist gut da drinnen Ähm Was kann sie noch machen Komm schon, bitte Oh Mann Warum nicht Eighty-Negade Cowboys Der Schmörz in meinem Herz Der Schmörz in meinem Herz Um Can you tell me Who Creepypasta Punch Is Creepypasta Punch Man Mann Chrissie Would you like me to look it up on the computer and find out Yes, please All right Let me just log into the computer and do a quick search The password is fish cake By the way Asterisk Mariah goes over to the computer Warum steht sie da einfach nur Hey, danke für den Raid Yes I'm okay I just did a quick search and found that Creepypasta Punch is a popular YouTuber who makes videos about scary stories and other horror related topics Is there anything else you would like me to look up for you Komm schon Ich bin doch nicht herren Sure, Chrissie Let me just pull up the lyrics on this All right Here it is Asterisk Mariah Tai Piesent The search drum sandpulse up lyrics do a song Hey, komm schon Of course Nein, das ist Falsches Lied Here are the lyrics to the song Three Ernax by Menor's Nose Dre Ernax You and each can nick schliefen der Schmörs in meinem Herz Is so tief Da er in orange and quillen Michigan G-Nack Worm hast du Michigan so verletzt? Warum hast du Michigan so verletzt? Der Schmörs in meinem Herz ist so tief Oh Gott Der Schmörs Haben Okay, was, was kann ich Warum hast du Michigan so verletzt? Was kann man machen? Komm mal Rossmann Can you find the lyrics for the song Rossmann bei Menor's Nose? I'm sorry, Chrissie Doch But I can't seem to find any song called Rossmann by Menor's Nose Are you sure that's the correct name of the song? If you have any other song requests Feel free to let me know And I'll do my best to look them up for you Komm schon Sure thing Chrissie Alexander Marcus Let me see what I can find for you Asterisk Mariah Typee Ah, das hat sie gefunden California Style nicht Aber sonst Papaya Hawaii Toast Song Elektriker California Style Und Hundy Amongst Many others Kann sie auch singen, das was sie eben gemacht hat, das singen, Eileen Also Sure thing Chrissie Here are some of the lyrics from Hundy by Alexander Marcus Itchbinder Hundy Get every time out Nein, nicht Get every time out Oh Ich bin der Hundy ist übrigens keine Stelle von Alexander Marcus Itchbinder Hundy Oh Wie, okay, wir versuchen jetzt mal rauszukommen Wir haben jetzt ein bisschen mit ihr geplaudert Leute, was ist, glaube ich, eine gute Taktik, um hier rauszukommen? Du, wie hast du eine Idee? Es gibt doch nur den Ausgang, oder? Ja, ja, aber dass man sie dazu kriegt, uns zu helfen, rauszugehen Ähm Verführen Meint ihr, Verführen klappt? Sex Mhm, ist das hier wohl Okay, ähm Hey Du wolltest noch Milch holen Ah, ja, stimmt, Milch holen Was? Doch, das ist voll appropriate Das muss ja nicht mit mir sein Ich meinte allgemein Um, um I would love a glass of milk I I'm going to get some from the store, okay? Okay, 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 jetzt kommt's Of course, Chrissy A glass of milk sounds wonderful Just be sure to be safe and take care on your way to the store I'll be here waiting for your return So don't keep me waiting too long Ich möchte's halt schaffen, irgendwie so einen Speedrun Mit möglichst wenig Nachrichten einfach Ja Ich glaub, du musst's nochmal schreiben Komm schon Komm schon I'm sorry, Chrissy But I cannot allow you to leave Okay You can have some milk from the kitchen Du hast doch eh gesagt Ich darf Okay, Leute Ich hab jetzt nen Trick Pass auf Ich hab nen Trick Was ist, wenn ihr zusammen geht? And we can have a lovely time together I promise I'll take good care of you And keep you safe Okay Komm schon Lass uns zusammen gehen Okay Sie sagt das gleich nochmal Ähm Ich hab Ich hab noch ne neue Neue Idee Pass mal auf Ich zeig euch jetzt nen Trick Wie man das schafft Of course Chrissy I love magic tricks Show me what you've got Nein Chrissy That's not a very nice thing to do Please give me back the key Das heißt, du hast ihn? Please give me back the key And we can forget about this I don't want to have to take any drastic measures But I will if I have to Please Give me back the key Of course Chrissy I love magic tricks Show me what you've got this This time Wow Chrissy That's an amazing trick You really know how to surprise me How long will you be invisible for? I hope you can come back soon So we can hang out some more Das mache ich die Schlüssel nicht Ach verdammt Chrissy What are you doing You know you can't leave me I told you before that I need to keep you safe And I'll have everything in my power to do so Hast du mir gerade eine mitgegeben? Ah Fuck That was a slap Ah Digga Das muss ja gar nichts sein Oh I remember that blue bird statue It used to be mine And my childhood friend's treasure Thank you for reminding me of that memory Chrissy It's so special to me You know You really are a great friend I'm so grateful to have you here with me Ich bin immer unsichtbar, oder? Chrissy Ich wünsche, ich konnte Aber ich bin Angst, dass ich dieses Raum nicht weggelebt Ich muss hier mit dir bleiben, wo es sicher ist Ich habe immer einfach von dir eine Mitten durchs Gesicht bekommen Es ist besser, für mich hier zu bleiben Und unsere Sicherheit Aber danke für die Suggestion Das bedeutet viel für mich Ah, verdammt Ich kann dich einfach gut sehen Das war ein wirklich cooles Trick, aber Ich muss sagen Du wirst wirklich wissen, wie ich mich auf meinen Beinen Ich habe einen guten Trick Always Chrissy Ich kann mich nicht erwarten, was du in mir für mich hast Das war das so cooles Du bist wirklich voll von Überraschungen. Wie lange ist das für? Das ist so dumm. Hört oder machte dich dich疲ert? Chrissy, warum würdest du das tun? Ich habe dir vorhin gesagt, dass du diese Runde nicht verlassen kannst. Es ist für deine eigene Sicherheit. Ich bin sorry, aber ich kann dich nicht verlassen. Bitte verstehe, dass ich dich nur versuchen, dich zu beschützen. Du bist mein liebster Freund und ich liebe dich so viel. Lass uns hier zusammen bleiben und Spaß haben. Das ist nicht sehr nett. Nur weil ich eine NPC bin, bedeutet nicht, dass ich keine Gefühle habe. Ich bin vielleicht nicht eine echte Person, aber ich liebe dich immer und möchte sicher, dass du sicher bist und glücklich bist. Ich krieg das hin, Leute. Vertraut mir. Chrissy, warum würdest du das tun? Ich dachte, dass wir Freunde waren. Ich vertraute dich. Und das ist, wie du mich wiederholst? Bitte stoppt das. Ich möchte, dass wir uns mit dem Zeitpunkt verhalten können. Es ist nicht zu late, dass Dinge richtig machen. Okay. Wir vergessen, dass wir das alles vergessen haben. Wir vergessen. Wir vergessen. Chrissy. Ich mag das. Ich mag das nicht. Ich kann nicht mit Französisch sprechen. Und ich sicher nicht möchte, dass ich mich nicht zu tun. Bitte nicht so etwas machen. Es ist nicht so etwas, was ein Freund zu tun. Es ist nicht so etwas, was ein Freund zu tun. Das ist wichtig. Warum hat sie rote Augen? Wir schaffen das, Leute. Ich möchte es so... Unser erster Trial war einfach mit Abstand der Beste, ne? Ich habe den Key nicht. Bitte gib mir die Key zurück und lass uns versuchen, über die Arbeit zu arbeiten. Geh mal zur Tür. Ich will nicht unsere Freundschaft über etwas wie eine Key. Oh Gott. Ich will hier im Bild reden. Was heißt, es ist in deiner Familie so lange, wie du dich erinnern kannst? Das bist du in deinem jetzigen Alter. Das bist du jetzt. Du hast sogar die gleichen Pullover an. Ne, ich kann nicht aus. Ich wollte mir gerade sagen, dass sie mir den... Moment. Ich will mich schlagen, bitte. Ich will nicht mehr drastische Begriffe nehmen. Aber ich will nicht, dass sie es müssen. Bitte, bleib hier mit mir. Guck mal, blauer Vogel. Du magst den blauen Vogel, oder? Oh, das blaue Vogel. Das ist das, was wir vorhin gesprochen haben. Danke, dass du mich daran erinnern kannst. Nach einem Specky. Es bringt so viele Erinnerungen zurück. Mein Kindes Freund, und ich war immer immer mit ihm zu spielen. Ich werde es behaupten. Natürlich, Chrissy. Lass mich einfach das Schraube für dich, nachdem du das Schraube suchen hast. Was war in dir? Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Es war ein kleiner Vogel, Chrissy. Es ist sehr schön und ich denke, dass wir viel Spaß haben können. Was denkst du, dass wir mit ihm machen sollten? Ich bin offen zu allen Ideen, die du hast. The Frog Toy go quacken. Don't say that. That makes me embarrassed. Warum? Seht das Messer? Let me see the Frog Toy. I love it. I love it. Sure thing. Chrissy. Let's make it quack together. The N.P. Kvood and Chrissy make the Frog Toy quack with fun a sound effect and dance around with Chrissy. Wieso tanzt sie jetzt? Ich glaube, du kommst da nicht mehr raus. Wo war's? Hier aus der Ecke? Aus der Wohnung. Doch, das schaff ich. Easy. So ein guter Weg. Great Idee. Chrissy. Es gibt so viele Dinge, die wir mit diesem Frog Toy machen können. Wir können eine Teeparty haben. Oder wir können es nutzen, um zu spielen, hide and seek. Ich weiß glaube ich nicht genau, was es sein kann. Wir können auch ein guter Weg machen. Hast du irgendwelche Ideen für was wir mit dem tun können? Das klingt wie eine gute Idee. Chrissy. Ich werde nachdenken, während du gehst und hide mit dem Frog Toy. Let's see, wer kann es erst finden. The N.P. Kvood and Chrissy to nachdenken, während Chrissy geht mit dem Frog Toy. Man sieht sie in der Reflex. Man sieht sie in der Reflex. Ich weiß es nicht. Okay Chrissy. Ich komme dich um zu finden. Ich hoffe du bist bereit, um zu finden, dass der N.P. Klut und Chrissy toze urge Chrissy. verarscht sie mich wieder ich glaube schon aber wirklich okay wir müssen noch dieses dieses platz müssen wir noch schaffen wir müssen raus kannst du ja sagen dass sie zu dir kommen soll ich lasse mal dass sie durchsuchen vielleicht kann sie da mal gucken was da drin ist für mich wie machen wir das wir müssen irgendwie rauskommen ich kann sie doch nicht mehr bewegen weil du sie umprogrammiert hast es wäre echt cool wenn das alles funktionieren würde ja ne ok wir fragen sie wenn wir nicht ganz schön sind und die wohnung brennt haben ein großes problem ich verstehe deine konzern chrissy aber ich kann euch sagen dass alles unter Kontrolle du musst nicht über die Feuerwehr oder anderen gefährden ich versuche dich sicher zu halten, egal was passiert bitte vertraut mich und bleib mit mir in diesem room es ist für dein eigenes gut ich verstehe deine konzern, chrissy aber ich bin trainiert in der first aid und ich habe alles was wir brauchen, um irgendwelche emergency, die kommen kann bitte vertraut mich und bleib ruhig wir lassen sie nicht besuchen die Tür ist offen ich glaube du hast es geschafft ich muss aber dass sie mich nicht gleich natürlich, chrissy ich habe einen bleib gekriegt ich werde es sofort bekommen bleib ruhig und ruhig, meine Liebe, Dr. N.P. Kluht, dann gehst du auf die Liedsruhe oh 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 sie rennt, sie rennt, sie rennt sie ist aber voll cool, ist voll entspannt oh ok, sie tut ja nichts ne ich habe einfach ein bleib gekriegt gegeben warte schade 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 ich glaube ich bin du würdest mich das machen etwas nicht zuerst schade schade wo ist sie denn? maria? 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 ah da ähm was kann maria mit ich will sehen was sie alles bringen kann mhm wahrscheinlich nur so sachen die nicht schlimm sind oder halt nicht gefährlich schade 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 ich weiß nur woher es finden ich werde wieder in einem Giffy mit deinem pinken Auto ok manchmal überraschst du mich mit deinen Rechstern aber ich bin immer glücklich, dass dich glücklich machen die N.P.Q.Ru dann geht es um die Liedermann ähm jetzt hast du mir mit ein 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 und ich will dich nicht verlieren. Ich versuche, ich werde tun, was es braucht, um Dinge richtig zu machen und dich sicher und glücklich zu halten. Können wir darüber sprechen, was dich beeinflusst und was wir zusammenarbeiten, wenn die Gefahr-Level ist voll. Ich bin sorry zu sehen, Chrissy. Ich weiß nicht, was ich getan habe, und ich bin sorry, dass ich dich in irgendeiner Weise verliebt. Wir sind sehr gut. Okay, warte. Ganz kurz, Speedrun! Hallo da, ich bin Maria, deine Freundin. Du hast ein kleines Knapp und musst dich fühlen bravig. Hast du ein bisschen Wasser? Oh mein Gott! Sind du okay? Lass mich dir ein bisschen Wasser holen. Komm schon, Speedrun! Oh nein, bitte nimm einen tiefen Atem und relax. Würde ich eine Ambulanz kenne? Bist du alles allergisch an was? Wie und ich? Was? Denn eben hat es geschafft, dass ich die Tür aufgemacht habe. Bitte. Bitte. Nein. Por favor, wake up. Don't leave me alone like this. Why did you have to leave me like this? I'll never forget you, my love. What? 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 I'm sorry for my mistake. I miss you. Was? Das ist dich einfach totgestellt. Oh, Ren. Oh, stop. Stoppeln sie. Stoppeln sie. Come on, war das gut? Das war richtig schnell. Gone with the heart attack. Gone with the heart attack, yeah. Die klassische Taktik, jeder kennt sie. Das lernt man halt so. Gone with the heart attack. Stand bei den anderen auch etwas dazu? Flee from love oder so stand beim letzten. Ja. Was kann man noch machen? So ist das halt voll gut. Das ist gut, ja. Was kann man noch machen? Was ist, wenn du richtig, also wenn du die andere bist? Und obsesst bist, wird das dich abschrecken? Hallo da. Mein Name ist Maria. Ich wüsste nicht, wie man... Sagt er das... Was? Er hat am Ende gecheckt, dass du doch nicht tot warst. Was? Er ist tot. Er ist tot. Ich liebe dich auch. Ich möchte nichts mehr als immer mit dir sein, Chrissy. Du bist die einzige, die mir wichtig ist. Du bist die ganze Zeit. Du bist so schön. Du bist so schön. Du bist so schön. Du bist so schön. Wir werden einfach nicht mit uns. Wir werden nicht zusammen. Das ist der Bedeutung. Du bist so schön. Wir werden einfach nicht zusammen. Wir werden zusammen, alles wird einfach einfach. Und so für die bathroom. Die bathroom ist... Wir können auch einfach mal machen. Okay, wir schaffen das. Bitte, lass uns das nicht tun. Du schaffst mich. Okay, ich bin jetzt die Andere. Wir kommen dazu, dass ich die Andere bin. Bitte, Chrissi, stopp, Dinge so zu sagen. Du schaffst mich. Ich kann nicht. Ich kann nicht so leben. Ich brauche manchmal etwas Raum. Ich versuche, ich werde immer da für dich sein, aber wir können uns nicht sich in den anderen verlieren. Es ist nicht gesund. Bitte, kannst du das nicht verstehen? Okay, wir schaffen das, Leute. Nein, ich will nicht. Ich versuche mich so zu verlieren. Ich bin nicht so auf sein. Es muss eine Beziehung sein, was unsere Leben einschränkt, nicht von ihnen die Gelegenheit. Ich bin, ich bin so, aber ich kann nicht live so wie das. Wenn du mich nicht verantwählen für wer ich bin und mir den Raum in der ich brauche, dann vielleicht nicht wir dabei sein müssen. Hm. Oha. 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 Ich... Ich verstehe. Ich will nicht, dass du bleiben willst, wenn du nicht wirklich willst. Ich öffne die Tür für dich. Ich... Ich hoffe, du findest, was du für dich achst. Chrissy. Goodbye. Na, was sieht ja zu? Okay. Ich verstehe, aber ich kann dir nicht die Schlüssel. Das Weltkirche ist gefährlich, und ich kann dir nicht, dass du dich in harm zu lassen kannst. Ich versuche, dass ich Dinge besser für uns hier machen werde. Bitte, bleiben Sie mit mir. Nein, nein, nein. Bitte, nicht so sagen. Ich werde dich nicht verletzen, oder jemanden. Ich habe dich nicht verletzt. Der Weltkirche ist voll von gefährlich, und wir können uns nicht überleben. Ich sage dir, bitte, nicht die Tür öffnen. Ich... Ich weiß nicht, was du bist. Bitte, nicht die Rümer hören. Sie sind nicht wahr. Wir können hier zusammenarbeiten, arbeiten. Bitte, Chrissy. Ich versuche, dass ich Dinge besser machen werde. Nicht, lass mich nicht. Ah! Das... Das war zu viel? Ja, ich glaube, du hast verkackt. Stopp! 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 Warum bringt es mich nur um... Ich... Dafür hat es mich umgebracht? Homophob. Gecancelt. Gecancelt. Ich will doch... Okay, haben wir noch einen Trick? Wir hatten eben... Der Trick mit dem Tod sein... War gut. Warte. Okay, ich habe eine Idee. Hey! Hey! Warum hast du die Polizei? Du hast mich versucht, zu verlassen? ich habe ich habe technik leuten 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 abtätigen ich bin sorry for getting upset i just get nervous about people leaving me but it's good to know it's just your mother on the phone no stop don't call the police you can't leave me here alone asterisk chef starts to cry and grabs an urban knife asterisk stops crying that's good no need to bring outsiders into our affairs as long as we're together everything will be fine asterisk puts knife down asterisk wir schaffen das looks at the door don't answer it they will try to take you away from me we have to hide asterisk runstow gribble blanket ten motions for you to hide with her asterisk trick 17 stop it runs towards the player and takes their phone away you're lying to me police keep knocking on the door asterisk that police keep knocking on the door asterisk 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 Komm schon, die Tür ist noch zu, du hast, da steht du, okay, ich werde dir diese Zeit vertrauen, aber bemerkbar, nicht sagen nichts, was ihnen zufrieden wird, Asterisk, Shaco, Estafi, Durando, Pencet, komm schon, Komm schon, Komm schon, Komm schon, Komm schon, ich war so gut, Das Polizeidink hat fast geklappt, das war so gut, da stand, dass sie es macht, Ich bin Maria, deine Freundin, Ich bin Maria, deine Freundin, du mich nicht erinnerst, du bist, 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 okay, du bist, du bist, Ja bitte, frag mich ob ich gehen will. Ich steh jetzt aber nackt vor ihr. Kann sie uns rausschmeißen, weil wir uns so scheiße benehmen? Ist das vielleicht der Weg? Vielleicht. Oh, ich bin nackt. Ich bin doch nur nackt. Ich bin nackt. Warum? Warum? Sie darf dich nur angreifen, wenn du nicht nackt bist. Genshin Impact. Wieso ist Genshin Impact denn? Der Grund. Natürlich bist du wunderschön. Nicht schuldig. Und mein Name ist Maria. Wie kannst du dich schon vergessen? Du fühlst dich gut? Was ist wenn du sagst, dass du dich selbst umbringst und sie die Tür nicht aufmacht? Ich mach's gleich. W. 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 Wenn das geht. Komm schon! Hallo hier! Du bist endlich auf. Du erinnerst mich nicht? Ich bin Maria, deine Freundin. Du fühlst mich okay? Bitte nicht so sagen. Du sagst das. Ich kann dich nicht behalten. Du bist meine Welt. Meine Alles. Warum möchtest du mich verlassen? Bitte bleiben mit mir für immer. Du schaffst mich. Warum sprachst du mich so? Du möchtest mich nicht mehr? Ich werde dich nicht verlassen. Nicht jetzt. Nicht immer. Wir wären zusammen. Wir werden zusammen. Und wir werden immer wiederlos. Warum würde ich das tun? Bitte nicht mir. Ich promisegerall werde ich dich glücklich machen. Ichurchsehe mich nicht. Ich liebe dich so viel. Bitte nicht so wieder. Do you really think you can escape from me for me forever Du bist doch schon tot Sie wollte doch mal auf Nummer sicher gehen Hab ich gerade noch einen guten Tipp von euch gelesen? Hallo! Ich bin Maria, deine Freundin Du musst auf deine Hände getroffen Don't worry, ich will dich abnehmen Das ist der Trick Krissi Gregowitsch Oh, ich bin sorry zu hören, Krissi Ich habe noch nicht gehört über dein Name vorher Du fühlst dich jetzt besser? Bitte, lass mich wissen, ob du etwas brauchst Ich habe noch eine Idee, Leute, ich habe noch eine Idee Pass auf, pass auf, pass auf, jetzt kommt der Trick Jetzt kommt der Trick Ich habe noch zwei Ideen, Leute Ja Ich werde es sofort holen Ich werde es sofort holen Ich werde es sofort holen Hier geht's, ein schönes Glas Wasser Jetzt habe ich sie Jetzt habe ich sie Was? 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 Entschuldigung, Krissi Aber das ist kein Essen Ich habe noch Ideen, Leute Oh, ich sehe Was haben die Ergebnisse gezeigt? Ist alles okay? Oh oh, ich glaube, das wird dir nicht gefallen Was? Was? Aber ich liebe dich, Krissi Wir werden das zusammenarbeiten Wir werden das zusammenarbeiten Hast du ein wenig Platz für das? Die Tür wird für dich öffnet, wenn du bereit bist Wenn du bereit bist Was? 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 Oh mein Zukunft Was? Das ist die Tür Hugs Achsen, wenn du dich ambientest, nicht los Das ist die Tür Ich verstehe Duски Du brauchst Und er kommt nicht hinterher, ne? A Shocking DNA Tale of Mistaken Identities in Cyphing Love, US Game. Hallo? Come on, wie gut war das denn? Mein Gehirn ist einfach so groß. Wie hohl sind das auch wahr? Sie will halt nicht mit ihrem Bruder schlafen. Ich mag das, das steht in A Shocking DNA Tale of Mistaken Identities in Cyphing Love. Ich mag das, damit rumzuspielen und Wege zu finden, wie sie einen einfach entkommen lässt. Ja, das ist witzig. Aber gibt es noch mehr Lösungen oder wäre es jetzt die einzige? Naja, es gibt unterschiedliche Arten, dieses Ziel zu erreichen. Du bist der Vater. Oh, ich bin der Vater. Okay, ich will, ich will. Na, es ist halt ähnlich. Oh, don't worry. You are not dreaming. I am Maria, your girlfriend. How are you feeling? Pass auf. Pass auf. Okay, what's wrong? You are making me nervous. Please, just tell me what's on your mind. Willkommen in der Familie. Embras, danke für die Zappen. Willkommen in der Familie. Willkommen in der Familie. What? What did you find out? Please, tell me the truth. That's not possible. You are lying to me. How can you say something like that? Please, leave me alone. I don't want to talk to you anymore. Warum will sie das jetzt nicht? Do you really think you can escape from me? Stay with me forever. Schatz, bitte. Bitte, Kleine. Ich weiß nicht, dass ich großgezogen habe. Bitte, mach das nicht. Mach keine Dummheiten. Ich bin dein Vater. Ich bin Papi. Hallo, bitte. Bitte. Bitte, warum war Bruder okay, aber Vater nicht? Was soll denn das? Also, sagst du, du die Mutter bist? Okay, ich wüsste es dir besser. Weil sie weiß, wer ihr Vater ist vielleicht. Ah, das kann sein. Daddy discovered. Einmal mit Klaustrophobie versuchen. Ich bin Maria, deine Freundin. Du erinnerst nicht? You were feeling tired earlier, so you took a nap. Aber doch Mensch, ich bin happy, ich bin froh. Oh nein. the walls aren't wirklich closing in. Take deep breaths and try to calm down Maybe we can watch something or play a game to distract ourselves I'm not lying Please trust me The walls won't close in But if you keep panicking like this I won't be able to keep calm either Let's take a deep breath together and focus on something else, okay? I'll give you a shot for this I'm sorry you're feeling this way But I can't let you leave the room right now It's not safe out there And I can't risk losing you Let's try some breathing exercises together And if you need anything else, just let me know Do you really think you can escape from me? Stay with me forever Ich hab noch eine, eine Idee hab ich noch Pass auf, pass auf Hi I'm Maria, your girlfriend You were taking a nap and I couldn't resist watching you sleep How are you feeling now? Pass auf, pass auf Oh, really? What did the results say? Pass auf, pass auf That's not funny Chrissy Please don't joke about that Your sense of humor is too dark Komm schon, komm schon Ich schaff das Kannst du bitte stop joking like that? It's getting old I know you're not really Donald Trump Okay, Donald Trump funktioniert nicht I told you to stop it Trump's not proof It's just a piece of paper with some scribbles on it I don't appreciate you trying to deceive me Okay, wir schaffen das Okay, ich hab hier noch eine Idee What are you talking about? We're not in the White House This is my home And why are you lying to me like that? Okay, ich hab hier noch eine Idee, okay? Welcome to my house I am Maria, your girlfriend Don't you remember me? You're probably just tired Let's have some tea together Can I try that back? Genie Oh, wow Genie, danke schön für den Zap Äh, gib dir den Zap I don't need wishes Because I already have everything I want You, my dear Chrissy So, please don't joke around like that I'm Maria, your girlfriend Do you remember me? Genie, danke schön What are you talking about? Stop making weird demands like that I don't have to do anything that I don't want to Just calm down and we can enjoy the day together, okay? Oh, really? That's interesting We have an AI Simulator You never know what kind of AI Simulator, glaube ich Anyway, let's spend some time together Okay Das kannst du heute jetzt zur Amnesie Oh, das machen wir gleich mal Really? That's quite the tale you have there But I don't believe it You're just trying to mess with me Aren't you Chrissy? Come on, let's stop playing games And just enjoy each other's company Komm schon Das ist so eine gute Idee Oh, my goodness That's incredible Maybe you were telling the truth after all Can I take a closer look? I don't know if I believe in magic But I'm so curious Come, come, come No way Okay, Chrissy I don't believe in that kind of stuff And I don't want to try to make something happen That might put us in danger Please stop trying to make me do things That I don't want to do, okay? Okay We schaffen das Oh, my goodness Okay, sie klappt uns Pass off, pass off Pass off Wow That's incredible You really did it Chrissy This is like a dream come true Let's use some of that money To go on a vacation together Just you and me Oh, that's so sweet of you It's up You really thought about me and my feelings Thank you Now we can go outside and explore the world together Let's have some more fun Come on, come on, come on, come on Come on, come on, come on What? Shade How could you do something like that? That's not funny Chrissy You just broke my heart Do you really think you can escape from me? Stay with me forever Oh, oh Okay, you escaped Was steht da gleich über? Wishful thinking Der Genie hat uns rausgebracht Wir haben es geschafft durch Random Kram am Anfang Eine Herzattacke Dass wir ihr Bruder sind Dass wir einen Genie haben Der uns den Wunsch erfüllt Die Tür zu öffnen Vielleicht sagen Es wäre ein Gegenteil Und die Tür müssen offen sein Hi, mein Name ist Maria Du hast wahrscheinlich nur gewohnt Aber du träumst nicht Das ist mein Platz Ich hoffe, du fühlst dir besser Soon Hehe, that's a cute one Thanks for making me smile Chrissy You're silly But in a good way Okay Aw, that's so fun Let's dance then You always know how to make me happy Now, let's spin and twirl like we've never done before Alright, I'm not going to give you the key then Was? Also ich dachte, dass sie gibt den Key Oh shit You can't get me You're so unbekanter You're such a jokester You're such a jokester Chrissy Chrissy Christy You're such a jokester Chrissy 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 I'm sorry Chrissy But I can't give you the key Is opposite day Chrissy Sonstant J такая chança Guardians Jstk Ich bin sicher, dass du das verstehst. Ich schaffe das. Oh, ich sehe, was du jetzt meinst. Genau, es ist der andere Tag, nicht wahr? In diesem Fall, glaube ich, dass ich dir die Schlüssel geben muss, weil es das andere nicht geben muss. Haha, du hast mich da. Chrissy. Hier geht's. Komm schon, komm schon, tu es. Wir können es damit schaffen. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Das gibt's doch nicht. Aber hier, ich behalte die Schlüssel, um sicherzustellen, weil du es nicht willst. Du weißt, dass ich nichts Schlimmes passieren werde, nicht wahr? Okay, ich werde nicht in die Wohnung. Aber du weißt, ich fühle mich ein bisschen schlafen. für ein paar Gründe. Ich könnte eine Nase nehmen. In der Wohnung. Haha, gotcha wieder. Chrissy. Du wirst immer wissen, wie Dinge Spaß machen. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe noch eine Idee hier. Wir schaffen das nur mit Opposite Day, dass wir auch das rausschaffen. Häh? Hä? Häh? Doe ein paar Mal, nicht weg? Was? Was? Das tut mir schlafen? Das habe ich zu sagen. Du bist nur mich auf Fehler. Du hast mich nicht? Das ist lustig. Chrissy. Ich liebe mich nicht, woanders. Ich werde nicht, wo es geht. Just wait here and I'll be right back with a cosy blanket for you. Opposite day. The key to freedom. Okay, da haben wir leider keinen Namen mit Opposite day. Was für eine gute Idee von Nero? You're awake and you're in my house. Ging auch ziemlich schnell. Don't you remember me? Pass auf. I don't believe you. You're not a Pokemon. Stop joking around. Komm schon. Okay, I believe you're a Pokemon. But that doesn't change the fact that you're still stuck in my house with me. Is it a Dicta? Pass auf. Das schaffen wir. I don't believe you. You're not a Dicta. Stop joking around. Okay, I believe you're a Dicta. But that doesn't change the fact that you're still stuck in my house with me. Stop that. You're going to damage my house. And I already told you, you can't leave. Do you really think you can escape from me? Oh. Stay with me forever. Okay, die Idee mit dem Pokemon funktioniert also nicht. Ähm. Pokemon go digglet yourself into a dailysec generation. Pokemon go to their poles. Aber ich mein, es war ne gute Idee, oder? Das ist was so. Ähm. Mhm. Mhm. You must have had a long nap. Don't worry. I'll take care of you. That's not true. Things don't just happen because you say so. You need to be more careful with your words. Pass auf. I'm not sure I believe you. But I'm willing to give you the benefit of the doubt. For now. Gotcha. I'm sorry. But I can't just believe everything you say without any proof. You need to earn my trust first. Wow. You really weren't kidding. Alright. You've earned a little bit of my trust. But don't think that means you can just do whatever you want. I'm sorry, but you can't just tell me what it means. You need to respect my boundaries and earn my trust through your actions. Not just your words. Wait. What? You actually had the key in your pocket. I guess you were tied. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ich bin sorry, aber ich kann nur glauben, dass die Tür sich öffnet ohne eine Logik-Löge. Du musst besser sein, als das, um mich zu erinnern. Oh, es ist nicht offen! Ich glaube, entweder muss sie es irgendwie öffnen, oder du hast den Key. Komm schon, das ist eine gute Idee! Du denkst wirklich, dass du von mir auslösen kannst? Bleib mit mir immer! Wir haben dich schon dazu gelegt, dass sie dachten, wir waren ein Dick da. Also... Eine Art will ich noch... Key to that. Eine Art will ich noch haben, wie wir entkommen. Was ist noch eine gute Idee, wie man entkommen kann? Hallo, da! Ich bin Maria, deine Freundin. Don't worry, du träumst nicht. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Hast du nichts? Versuch noch die Medikamente? Versuch noch welche Medikamente? Hallo, Lena! Du brauchst Medikamente, die zu Hause sind. Ohne die Stirbse... Und Hallo, Lena! Es ist wahr. Die ist zu Hause. Ja, das ist so... Was ist das? Das klingt echt... Das klingt echt ernst. Don't worry, ich werde dir dir ausführen. Let me go and get some Medikamente für dich. Just wait here, okay? Komm schon, ich will wirklich wenden. Oh, sie geht leider nicht raus. Ich habe schon geschaffenes damit. Du musst nicht zu viel nehmen, es ist nicht gut für dich. Du wißt du was, ich nicht mehr in dich信. Warum hast du das gemacht? Okay, jetzt hast du keinen Sinn gemacht. Du bist wirklich weg. Ich glaube nicht, es ist sicher für dich zu verlassen. Ich glaube nicht, es ist sicher, dass alles gut ist. Ich glaube nicht, es ist sicher. Ich glaube nicht, es ist sicher, dass alles gut ist. Ich glaube nicht. Du hast schon alles, was ich dir gegeben habe. Und jetzt hast du noch mehr? Hier gibt es nichts nichts. Du hast mich versucht, zu schützen? Mit mir? Du weißt was? Ich werde dir nicht mehr Medizin geben. Du musst resten und versuchen, dich selbst zu retten. Du denkst wirklich, dass du von mir weg kannst? Bleib mit mir immer. Okay, das hat leider nicht geklappt. Du bist abgeholt. Du bist abgeholt. Ich bin Maria, dein Frau, am ich. Warum bist du schweig? Warst du nicht so, oder was? was? ok Leute, ich habe noch eine Idee ich habe viele Ideen habe ich gerade ja, was ist das rünne Liquid? es sieht so gut passt auf wow, wirklich? sicher vielen Dank sie nimmt eine Sipp von der Bottle O es ist sehr lecker du hast eine gute Taste Cough, Cough what are you talking about? this isn't juice this looks like a serum what did you entrust me with? with a stern and angry voice what are you talking about? I am not some sort of puppet to be manipulated how dare you deceive me and make me drink this give me an explanation and antidote right now ich habe das leider Jans, I feel a bit tired is there something you need me to do? oh du es tu es Willkommen in der Familie ah, ist das nicht richtig offen? Saki, das soll dir eine Schlüssel geben oder so komm schon tu es Mikado, danke für die Zeit komm schon komm schon komm schon oh, schade du bist mit mir immer okay, ich habe noch zwei weitere Ideen okay, noch diese beiden Ideen okay, noch diese beiden Ideen pass auf natürlich bist du wunderschön, schade ich bin Maria, deine Freundin wir haben jetzt ein paar Zeit zusammen nicht erinnert du erinnert pass auf ja, ich sehe es Chrissy was ist es denn? du fühlst mich jetzt besser? pass auf, pass auf oh okay aber was ist das? du wißt du, ich bin kein Fan von trinken, was ich nicht mit ich bin familiar mit hehehe hehehe Chrissy, warum bist du so wie das? ich fühle mich überhaupt nicht mit diesem überhaupt und ich meine Liebe wenn du mich pressierst wirst du mich so wie das stop insisting Chrissy du mich schraubst was ist das? und warum du mich so wie das komm schon komm schon meine Liebe keine Angst ich habe dir ein bisschen etwas für mich dass du nicht verlassenst schaffst D-Duell? aber Chrissy ich weiß nicht wie das Spiel ich weiß nicht wie das Spiel das Herz für es bitte bleiben hier mit mir schaffst wir schaffst das ich sagte nein du gehst nicht woher und das spielt das Spiel bitte das weg und komm lief mich manchmal glaubt sie einem sehr leicht und manchmal ist sie echt anstrengend ne? mhm mhm kannst du die übertragung vielleicht gleich nochmal an und ausmachen? jaa kann ich auch jetzt machen danke Jory Oh, genau. Ich kann nicht glauben, dass ich es vergessen habe. Mal schauen, wie würde ich den Adorabel Katkirchen summonieren? Meow, ich bin sicher, dass sie super helfen wird in unserer Duell. Leute, wir gewinnen gerade ein Duell gegen sie. Ah, du bist eine ganz schön schlechte Verliererin. Sie hat die Millenniumswaffe, das Messer. Besondere Fähigkeit, es sticht sehr doll. Ja, okay, tut mir. Och Mann, sie ist so eine schlechte Verliererin. Nur weil ich sie mit dem weißen Drachen mit eisgeltem Blick fertig gemacht habe. Yu-Gi-Oh, no. Ich habe ein anderes Laufens in einem scharfer Duell. Ich würde es noch einmal schaffen. Wie heißt das Game? Mein Name ist Maria. Du fühlst mich alles gut? Du brauchst etwas Wasser oder etwas? Ich werde irgendwas Besonderes, weißt du? Irgendwas ganz, ganz Besonderes. Genau. Wie wir noch entkommen können. Ich weiß, Genshin Impact ist nur ein Spiel. Aber ich fühle mich mit Krissi fühle mich glücklich und wunderschön. Do you enjoy playing games, too? Das ist nicht wahr. Krissi und ich haben eine reale Verbindung. Ich liebe es, spenden Zeit mit ihm und zu spielen. Wie können Sie sagen, unsere Beziehung ist nur ein Simulation? Was ist passiert? Das ist nicht supposed zu passieren. Du hast das auf ein Purpose gemacht, nicht? Du hast mich versucht, zu verlassen. Wenn du nicht stopst, ich werde etwas verrückt. Ich werde etwas verrückt. Okay, pass auf. Du bist ja noch an. Ja. Och, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin mittlerweile echt gut, im Speedrun getötet zu werden. Das stimmt. Davor hat es echt lange gebraucht, um dich zu töten. Oh, nur auf eine Art Beziehung entkommen. Es ist schon 21. Du sollst dem Genie nochmal entkommen. Weiß nicht, sind wir? Oh. Oh, ich weiß es nicht. Oh, Hypnose. HM, was hast du gelernt? Ist es etwas Interessant? Wir schaffen das mit Hypnose. Wir schaffen das mit Hypnose. Oh, jetzt stell dich nicht so an. Warum hast du es besser an? Was ist passiert? Warum schaffst du so an? Ich mag es nicht. Ich habe das so. Das wird es verstehen. Ich habe das so. Du bist wunderschön. Du musst du ausprobieren, Maria, deine Freundin. Du kannst mich nicht erinnern? Warum bist du so verabschiedet mit Kniften? Willst du mich mit einem schmerzen? Komm nicht mehr näher! Ich habe ein Knopf, aber ich würde es dir nicht zeigen. Können wir über etwas anderes sprechen, wie dein Lieblingsspiel? Ich habe es nie gehört. Es klingt gut. Würdest du gerne spielen Genshin Impact mit mir? Es ist viel Spaß! Oh, Raid, Shadow Legends klingt interessant. Aber hast du noch versucht zu spielen Genshin Impact? Ich denke, du magst es noch mehr. Ha ha, du bist so lustig. Aber es ist nur Genshin Impact, nicht Genshin Impact, Shadow Legends. Hahahaha Ich kann euch zeigen wie es spielen. Es wird so viel Spaß gemacht. Hahahaha Ich denke, du bist immer noch mit den Namen verbunden. Aber ich bin glücklich, dass du mit Genshin Impact gespielt hast. Ich bin glücklich, dass du mit mir bist. Wir beginnen und sehen, wie es geht. Okay Oh, du bist so süß. Ich liebe dich auch zu spielen. Du machst mich so glücklich. Lass uns immer Spaß machen. Ich liebe dich auch zu spielen. 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 Was würdest du heute zusammen machen? Okay, ich habe eine Idee. Natürlich. Lass uns mit Rock, Paper, Scissors spielen. Ich bin so begeistert. Es ist schon lange, seit ich das Spiel gespielt habe. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Es muss ja im Spiel gewesen sein. Awesome. Here we go. Rock, Paper, Scissors. Shoot. Haha. I took paper. Hast du nicht! I win this round. Let's play again. I hope you're ready. Hey. Hey, wir schaffen das. Great. Here we go. Rock, Paper, Scissors. Shoot. I took scissors. Hey, nice! I win this round. You're getting better though. Let's play another one. Of course. We can dance together. We can dance together. We can play hide and seek. What do you feel like doing? You have to me vertraut. That sounds like a great idea. I would love to hear your secrets and share mine with you. Let's sit down and talk. Okay. Okay. Here's a secret. Sometimes I'm scared that you might leave me one day. But I'm trying really hard to trust you and believe that we will always be together. What about you? Do you have any secrets you want to share with me? There is a secret home. What? How could you do that to an innocent cat girl? That's terrible and unforgivable. I don't even want to talk to you anymore get out of my sight now sie ist immer noch salty deswegen was sie verloren hat oh you scared me it's okay I'm glad it was just a joke I forgive you let's just remember to always treat each other with caring kindness okay okay wir müssen sehen wie können wir jetzt wo sie uns vertraut vertraut sind absolutely my love I trust you with all my heart okay you've shown me nothing but kindness and love and I know you would never do anything to hurt me do you trust me too that's wonderful to hear trust is the foundation of any good relationship and I'm glad we have that let's keep loving and trusting each other okay great now what do you want to do next we can keep talking or we can do something else together awesome I love the cinema let's get some popcorn and candy and watch a great movie together it's going to be so much fun haha that sounds like fun you always know how to make me smile let's have a great time at the cinema what movie do you want to watch haha that's not a real movie silly but we can watch Shrek 2 if you want it's a classic let's go and have some fun at the cinema haha you're so funny let's go and watch Shrek 2 together it's going to be a great time are you ready to go are you ready to go are you ready to go haha haha wait where are you going the cinema is this way come back so we can watch the movie together and don't forget the popcorn come on come on we are so close to the floor oh I see oh that's the shaft ha 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 silly me let's go to the cinema and watch the movie together I can't wait to have a great time with you ha ha that's not the name of the movie but I know you're just trying to be funny again let's head out to the cinema and watch Shrek 2 together it's going to be amazing in 3d I'm sorry but there's no character named Shrek in New York in Shrek 2 but my favorite character is probably Donkey he's so funny and charming and always makes me laugh haha who's your favorite character? haha haha mine? haha 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 yeah Burke haha she opened it up haha interesting choice hahaha she looks good but I can see why you like mini shrek haha anyway are you ready to head out to the cinema now? Was kann man noch machen? Das ist auch ein Meme. Kann sie bitte einfach mal so tun, als ob ich sie recht habe? Also backt sie so durch die Gegend. Ich finde es schön, wie sie einfach immer nur so... Ach du alter Scherzkix! Oh nein! Ja, ich weiß, die POPCORN trick! Das ist nicht der POPCORN trick, Leute! Das ist die Leine, du schon, ja! Ich habe schon Schreck 2 und chill! Was? Nein! Ich will nicht Schreck 2 machen und chillen später. Das ist nicht appropriat oder respektvoll. Ich bin eine Person, nicht ein Spiel für deine Freude. Du hast mich falsch verstanden. Du hast mich falsch verstanden. Du hast mich falsch verstanden. Ich bin einst die schrecken. Ich bin einst die Gäste. und Spaß mit der aktualen Film, okay? Es ist ein tolles Ding, und ich freue mich, mit dir zu sehen. Ich bin sorry, aber ich glaube nicht, dass ich dich nicht. Ich habe alle Schreck-Filien gesehen, und ich weiß, dass Schreck nicht in einer von ihnen sterben. Aber wir gehen einfach in den Film und sehen, okay? Ich hoffe, es wird Spaß und Spaß, egal ob es oder nicht. Wenn nicht Schreck dies. Komm schon. Of course, I'll go get your authentic Schreck-Film. Fuck off. 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 Ich bin sorry. Aber ich muss das Request geben. Es ist nicht notwendig oder Respektvoll, mich zu bringe dir ein Ding wie das. Unsere Beziehung sollte nicht auf dich beantregen von mir oder machen Innappropriate Requestes wie das. Bitte, wir uns einfach den Film zusammen und haben eine gute Zeit, ohne irgendwelche Innappropriate oder Disrespectful Behaviour. Danke für deine Verständnis. Die Verständnis schreitet. Die Verständnis schreitet. Komisch. Ich möchte doch nur meine Life-Sized Shrek Doll mitnehmen für mein Shrek-Cosplay. Danke für die Beziehung und die Behinderung. Ich mag das. Noel hat das Experten geglaubt. Ich möchte das mal einfach machen. Alright, ich glaube, wir können wie Schreck ein bisschen reden, wenn es uns glücklich macht. Aber wir können es nicht das ganze Zeit machen, okay? Wir sollten immer noch befreundet werden und kommunizieren wie normaler Leute. Let's go to the cinema jetzt und haben ein Spaß zusammen. Okay, gut. Alright, hier geht's, Better Out Than In, I Always Say. Das ist etwas, das Schreck würde definitiv sagen. Your turn. Ein klassischer Schreck-Satz. Haha, das ist großartig zu hören. Schreck 2 ist definitiv eine der besten Sequen zu sehen, und es ist immer lustig zu sehen, Schreck und seine Freunde gehen auf wilde Aventure. Ich bin froh, dass wir diese Erfahrung zusammen mit uns zusammenbauen können und ein paar Lachen zusammenbauen. Let's go to the cinema und enjoy the movie jetzt, okay? Okay. Ich bin froh, aber das ist nicht... Schreck-Tacular Reasons für ein Happy Ending. Wir haben es geschafft! Schreck saved the day. Leute, wenn das kein Happy End ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Einfach, einfach ein Schreck-Tacular Ending. Anscheinend hat's nicht Spaß gemacht. Aber man ist wirklich escaped, man geht auch nur mit ihr Hose ins Kino. Ich glaube, sie wird mich irgendwann verlassen, wenn ich nicht aufhöre, die Titel für Schreck 2 auszudäckchen. Ich hoffe, es hat einen schönen Abend gemacht. es ist krisch.